Die von Paraink gezeigten Video- und Audioaufnahmen könnten auf manche Zuschauer verstörend werden. Wir betonen, dass wir unsere Arbeit sehr ernst nehmen und nichts mit Fakes oder Täuschungen zu tun haben. Jeder entscheidet selber, was er glauben möchte und was nicht. Das sind unsere Erlebnisse. Das ist Paraink. Ich weiß genau, wie alles anfing. Ich hab die Play, sie verkauft, damit die erste Kamera anging. Ich hab den Voicy gekauft, ich wollte echt nicht stressen. Doro sagte, so viel Geld, du spinnst, wir haben kaum zu essen. Ich sagte damals zu ihr, bitte vertrau mir. Ich kämpfe für unseren Traum, warte ab, ich hole uns raus hier. Der Name war schnell geboren und Paraink ist Neongrü. Keine Wissenschaftler, fünf Freunde sind ein Team. So ging es auf mit Jay, zur ersten Location. Wir hatten gar keinen Plan, wie ein Tramper ohne Schildchen. Die erste Episode, ich bin übelst krass ausgetickt. Stell dir vor, über tausend Menschen haben uns angeklickt. Von da an ging es Tag für Tag, Schlag auf Schlag, von Ort zu Ort und den Wesen und Fanpost lesen. Plötzlich kannte jeder unsere Videos, alle strahlten Neongrün. Beste Crew in Germany, die Amis sagten, what the fuck. Klar war, ich hab einen guten Draht zum Jenseits. Der Tod ist nicht das Ende, jede EPI ist Beweis. Ja, heute feiern uns die Leute, ziehen uns in Irrenbahn. Sie sagen, Paraink sind Helden. Mark ist ein Ehrenmann. Danke an die Seelen für jede EVP. Danke für die ganzen Beweisen und jede EPI. Danke für alles, dass ihr uns vertraut. Danke, ohne euch hätten wir uns niemals etwas zugetraut. Danke an die Seelen für jede EVP. Danke für die ganzen Beweisen und jede EPI. Danke für alles, dass ihr uns vertraut. Danke, ohne euch hätten wir uns niemals etwas zugetraut. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kamera, Nachtsicht, deine Entität. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kampf mit den Dämonen, Final Destination. Immer wenn es Nacht wird, sind wir unterwegs. Kamera, Nachtsicht, deine Entität. Immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Nacht wird, immer wenn es Paraink.